Okay, kurz ein Allgemeinwissenstest. Du musst mir sagen, was das ist. Dann musst du mir das beschreiben. Ach so, Bruder, guck mal, man hat das früher geguckt. Das ist eine Schauspielerin. Man hat das früher geguckt. Willis Biers. Nein, so bei Nickelodeon. Madonna, Miley Cyrus. Ja, richtig. Boah. Okay. Boah, Bruder, es ist so eine Kreditkarteninstitut. Aber es fängt an mit einem Kontinent. American, American Card. Nein, es hört sich wie Zug. Wie Zug. American Space. American Space. Ja, richtig. Okay, es ist mein Sternzeichen. Es ist auch ein Tier. Nein, es ist auch ein Tier. Sternzeichen und ein Tier. Steinbock. Nein, das, was jeder hatet von Männern. Man sagt immer so Kacke und so. Oktober, November, diese Monate. Marge. Nein, Bruder, es ist ein Tier. Es ist ein Tier, wenn du so drauf trittst. Ah, es tut so weh. Biene, nein. Nein. Mann, Digga, du kennst das Tier und das Sternzeichen. Ein Sternzeichen, das viele Frauen immer haten. Die sagen, Männer mit dem Sternzeichen sind schmier. Keine Ahnung, Mann. Nächstes. Los, weiß nicht. Ach, Digga. Okay, das ist immer am 31. Oktober. Ein Event am 31. Oktober. Es gab dazu ein FIFA-Event früher. Monats-Invent. Digga, bist du dumm? November. Oh, wei. Was? Guck dir an. Du sagst, es ist jeden Monat am 31. Es ist Halloween, jeden Monat am 31. Der 31. Mai ist auch Halloween, ne? Ich hab 31. Oktober gesagt. Du hast Oktober nicht gesagt. Die Skorpion, hä? Hä, bist du dumm? Sag doch, sag, 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 ich hab die Monate gesagt. Sag, du bist nicht schlecht im Erklipp. Sag, ich binne, aber kein Spinner, kann dich stechen in Australien. Bist du dumm? Kann dich stechen in Australien. Sag doch, kann dich stechen in Australien. Fertig. Ich hab's so gut gesagt. Meinst du besser gewesen? Ja, komm, wir machen mal. Okay, Leute, jetzt noch eine Runde. Ich bin richtig sauer gewesen. So. Du kannst es erklären. Digga, ich hab richtig gut erklärt. Schreibt in die Kommentare, schreibt in den Chat. Wenn es zu schwer hat, es gibt nicht. Es ist so ein Laden, aber so ein Laden, das es auch in Kassel gibt. Wie geht das? Die verkaufen Schuhe und so. Sibs. Nein, nein, genau sowas. Genau gut locker. Nein. Wo ist das ungefähr vom Standort? Es ist so eine Stadt in den USA. Es hat so eine Stadt in den USA. Aber es gibt auch einen City Point. Es ist eine Stadt in den USA, du wolltest da hin. Du willst einmal Urlaub dort machen. Miami. Aber es ist ein Laden. Miami, LA, New York. New Yorker, New Yorker. Ja, richtig. Boah. Wie schlecht. Ich dachte, du hast einen City Point. Okay, es gibt so ein Eis McFlurry mit. McSunday mit. Karamell. Ja, richtig. Okay, boah. Dings. Sandy von Spongebob. Ein schön schön. Ja. Boah. Okay, es gibt bald im Kino einen Film. Punkt King Kong. Gegen King Kong. Ähm. Äh, Godzilla. Ja. Boah. Boah, das schicken manche Leute um ihr Sch... Also... One OnlyFans. Dick. So mäßig. Ja, aber so mäßig. Das ist ne... Ne, 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 ne... Gemüse. Ne Gemüse. Gocke, Gocke. Ober Mischine. Ober Mischine. Ja, das war richtig gewesen. Aber die Zeit ist vorbei. Hey, wir hatten alle fünf gewusst einfach. Ach, scheiße.